Musik Das 25 kmh Pedelec im Hollandradstil ist nun auch mit dem vollautomatischen stufenlosen Enviolo Automatikgetriebe mit Riemenantrieb erhältlich. Das bedeutet, dass es beim Riese & Müller Swing 3 Automatik keinen Schaltknopf oder Hebel mehr gibt. Man setzt sich aufs Fahrrad und tritt los, den Rest übernehmen die Enviolo Automatik und der Bosch Antrieb. Die Automatik kann an den persönlichen Fahrstil bzw. der gewünschten Trittfrequenz angepasst werden. Dazu wird im Bosch Bedienpanel ein individueller Kadenzwert eingestellt. Meistens wird das zwischen 60 und 80 liegen. Die Automatik sorgt dann gemeinsam mit dem Bosch Antrieb dafür, dass man immer gleichmäßig tritt. Zusätzlich sind die verschiedenen Unterstützungslevels im Bosch Bedienpanel wählbar. Auf sehr kurzen Testfahrten hat das System überzeugt. Das Radeln ohne Schalten ist zuerst ungewöhnlich, aber nachher will man es nicht mehr missen, vor allem im Alltagsbetrieb, der dadurch einfacher und sicherer wird, da es keine Ablenkung durch Schaltvorgänge gibt. So passt die Enviolo Automatik eben auch hervorragend zur Charakteristik des Riese & Müller Swing 3, das ja von Haus aus für bequeme Fortbewegung konzipiert ist. Die Komfortmerkmale sind ohnehin zahlreich. Der bequeme tiefe Einstieg samt breitem Sattel mit gefederter Sattelstütze. Der breite geschwungene Lenker für eine entspannte, aufrechte Sitzposition. Die breite Schwalbe Big Ben Bereifung, wobei das Vorderrad an einer Santur Federgabel aufgehängt ist. Und auch die zahlreichen Möglichkeiten für Gepäcktransport. Dazu kommt der Umstand, dass hier statt einer Kette ein Riemen eingesetzt wird, sauber und wartungsfrei. Gebremst wird mittels solider Magura HS22 Hydraulikfelgenbremse. Selbstverständlich denkt Riese & Müller auch beim Swing an eine vernünftige Lichtanlage. Der Bosch Performance Line Generation 3 Motor sorgt mit 65 Nm Drehmoment für reichlich Durchzug und passt bestens zur stufenlosen Automatik. Außerdem agiert der Motor recht leise. Der Akku, ein Bosch Powerpack 500 Performance, ist dem Gepäckträger untergebracht. Eine eigentlich praktische Lösung. Man kommt gut ran und kann den Akku leicht mitnehmen und auch extern laden. Bei Verwendung von Packtaschen, wie hier am Beispiel der aufpreispflichtigen Gepäckträgerkörbe, bleibt der Akku auch ziemlich unsichtbar. Unsichtbarer als in vorigen Generationen sind auch Kabelstränge. Hier wird immer mehr direkt in den Rahmen bzw. in Anbauteile verlegt und damit eine noch sauberere Optik erzielt. Alles in allem ist das Riese & Müller Swing 3 mit Enviolo Automatik ein top verarbeitetes und hochwertig ausgestattetes E-Bike mit unproblematischer Bedienung und komfortablem Fahrverhalten. Wer ein unkompliziertes Premium-Pedelec im Hollandrad-Stil sucht, wird hier beim Swing 3 Automatik für 4.039 Euro fündig werden. Das Swing 3 gibt es auch günstiger und in verschiedenen anderen Ausstattungen und Rahmengrößen. Die Preisliste startet bei 3.229 Euro. Die Preisliste startet bei 3.229 Euro. Die Preisliste startet bei 3.229 Euro.